Moin moin Leute, heute wollte ich euch mal meine Stühle, meinen Tisch zeigen. Ich hatte sie ja schon in einem Video mal erwähnt. Der Tisch ist von Rubens, den kann ich wirklich empfehlen, gibt es bei Amazon. Und die Stühle sind von Treklogi, kann ich auch wirklich empfehlen. Die sind nicht so teuer, die Stühle sind günstig, der Tisch ist günstig. Preis habe ich gerade nicht im Kopf, blende ich aber gleich ein. Und lassen sich auch extrem schnell aufbauen. Einfach öffnen, zack. Sitzfläche, dann habt ihr hier unten das Gestänge, einfach zusammenstecken. Geht fast von alleine. Zack, zack. Für mehr Stabilität noch unten die Füße rausziehen. So, das ist das Gestänge. Einstecken. Unten einfach ein Stückchen hochbiegen, reinstecken. Und das war es auch schon. Richtig bequem, schmales Geld. Der Tisch ist noch einfacher aufzubauen. So, die Tischplatte ist keine Platte, sondern, ja, so ein Kunststoff. Dann einmal den Fuß ausklappen. Die beiden Stangen hier reinstecken. Da gibt es extra so Aussparungen. Zack, zack. Ein paar Feinstecken. Fertig. Und schon habt ihr einen bequemen, stabilen Stuhl, der aber bei weichem Boden gerne mal einsinkt. Und einen schönen Tisch, der leicht ist, leicht zusammenzubauen. Die genauen Daten zeige ich euch gleich nochmal, was der Tisch wiegt, was die Stühle wiegen, den Preis. Das zeige ich euch gleich alles nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis Gute und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.